hallo liebe modellbahnfreunde es ist wieder sonntag und ich werde wieder ein kleines fahrvideo zeigen drehen als erstes es gab noch zwei neuzugänge die hatte ich voriges jahr bestellt die kamen aber erst nach weihnachten das ist auch nicht so schlimm und zwar dieser von busch dieser fertigteil transportwagen mit diesen fertigteilen für die neubaublöcke sehr schönes modell wunderschön und diesen parkwagen in grün elfenbein der kommt dann als schlusswagen in diesen ebenfalls grün elfenbein kompletten schnellzug schnellzug der wo ich dann doch diesen halberstädter eingereiht habe in meinem fundus noch ein halberstädter gefunden mittel einstiegswagen auch in dieser fortgebung grün elfenbein der ist aber aus dem jahre 1998 also anfangszeiten von delisch aber auch schon mit normschacht und so weiter und so fort kurz küppelungskinematik naja wie gesagt mal sehen ob ihr den heute seht oder das nächste mal dann werden wir diesen waggon dort mit einreihen und aluminiumwagen diese y wagen erst mal wieder in die versenkung verschwinden da lässt sich noch was neues einfallen so aber jetzt viel spaß ich wusste noch was neues bewegung ich mich schon wieder habe ich mich noch mal ein paar du hast mich noch nicht noch eineairsprüfung bist du hast du hast du jagdbein wenn du hast du habe ich noch mal Vielen Dank. 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 So. Dann, auch wenn es ein kurzes Fahrvideo ist, ich muss ja dann erstmal wieder freifahren unten und da seht ihr ja nichts, das ist ja dann nur Rollgeräusche und da belassen wir das heute mal bei diesen siebeneinhalb Minuten. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit einem schönen Sonntag und eine schöne Arbeitswoche und tschüss.